... Huh, da waren die Ersten. Und da geht's gleich weiter. Man muss auch Mist χl. Meckern, da war kein Zuhörer ins. Das war's. Oh, da fahren die ersten Schweine. Oh, das war's. Was sind denn zu feuchere Wäckte? Ah, da sind wir noch nicht alle, ey. Gucken wir noch mal ein bisschen nach. Das ist einfach nicht alles. So, Leute, der Häcksler kommt wieder. Das heißt, die Schweine kommen auch gleich wieder. So, der Maiswein ist voll. Der Johorland fährt jetzt ran. Und wir gucken auf die Schweine. Da waren die Schweine. Da waren die Schweine. Die hätte ich gehabt. So, geht weiter. Die sind da in die Richtung zum Teich. So, sind die Schweine. Und jetzt gucken wir hier weiter. Da waren da schon Riesenkeiler dabei. Der hatte 130 Kilo geschätzt. Also, da ist es immer noch nicht vorbei, denke ich mal. Da steht ja auch noch ein Stück Mais. Also, wir sind hier noch nicht fertig mit der Maisjagd. bzw. Schweinejagd. Wuhh. Wuhh. Vielen Dank.